Okay, weil so viele Leute danach gefragt hatten, machen wir heute wieder eine Traumreise und diesmal versuche ich, so gut es geht, zu flüstern. Ich möchte, dass du deine Augen schließt oder wenn es dir zu unangenehm ist, kannst du sie auch auflassen. Stell dir vor, dass du vor einem großen Wald stehst, du spürst die frische Luft, du schaust in den Wald hinein und dieser Wald ist so märchenhaft, fast schon unwirklich. Und du siehst am Ende oder in der Mitte des Waldes eine kleine Lichtung, ein Ort wo das Licht mehr durchdringt als durch den Rest des Waldes, weil die Bäume den größten Teil des Lichtes verschließen. Du entscheidest dich auf diese Lichtung zuzugehen. Langsam, Schritt für Schritt, sehr andächtig. Und du hörst das Knistern der Blätter und der Nadel unter dir. Du siehst das Moos und du siehst die Blätter. Es ist sonst fast still, komplett still. Nur in der Ferne hörst du ein paar Vögel. Die Luft ist unfassbar frisch. Und du nimmst einen tiefen Wartenzug, während du weiter auf die helle Lichtung zu gehst. Während du dort angekommen bist, merkst du plötzlich, dass es durch die Lichtung ein kleiner Fluss fließt. Du hast das leise Blätter im Hintergrund. Du nimmst nochmal einen tiefen Atemzug und merkst, wie die Sonne der Lichtung auf deiner Haut strahlt und dich völlig, völlig entspannt fühlst. Du hast du das ganz in dieser Zeit, stell dich auf der Beine zu tun.